Da ist ne Reihe, die ist noch nicht mal ganz fertig gewesen. Ist doch gut. Aha, Geheimgaben. Nee. Schön, dass wir uns nur von Saft ernähren. Ja und? Ist doch egal, oder? Ist das saftig? Ich find's saftig. Auf dich, auf dich, mach dich. Eta. Das ist doch vegan. Nee, wir mischen ja Schweinefleisch unter. Ja. Ich brauche noch Kupf, fahr, oh, Kupf, fahr. Ich brauche noch Kupf, fahr, oh, Kupf. Einfach so flüssiges Schwein. Einfach geschmolzen. Ja, was denn sonst? Bestes Schwein? Kann man doch machen. Kupfer. Dass man sich Schweinbricks macht. Brauch einen Moment, Dede noch. Bis der ganze Kupfer... Brauch einen Moment, bis der Kupfer geschmolzen ist. Ja. Ja. Ich mach mir nur Zeit, dass mein Handglider... Darf es da? Die Oakwood-Zäpplinge von uns abreißen. Lol, ist der Radius noch größer, oder wat? Hier, ich hab Setzlinge grad da rausgeholt. Was macht ihr für Scheiße, hallo? Alter, guck dir mal die Kiste! Ich hab da Blaubeeren rausgenommen. Fünf, äh, drei, sechs, sieben Stacks Blaubeeren hab ich rausgenommen. Das Ding ist gleich schon wieder vor. Mach mal automatisch paar Juice. Mach mal ein paar Dinger, wir haben mehr Generatoren. Ja, da brauchen wir Eisen. Wir haben doch schon voll viele Generatoren. Ja, aber nur standardmäßige. Mann, warum machst du auch die? Anstatt erst ein paar davon zu machen? Nein. Nein. Aua, fuck, aua. Ich bin auch intelligent irgendwie. Irgendwie legt das grad so'n bisschen bei mir. Sonst müssen wir da Barrel hinstellen. Ich bin grad an der Kunden, Danny. Mhm. Steckt nämlich so'n bisschen. Ja, ich komm grad nach Hause. Weil diese Scheiße Meteoriten so übelst selten sind. Ich hab voll Lichtpacks hier grad. Ja gut, würd ich sagen, ne. Läuft ja bei uns. Bären haben wir auf jeden Fall genug. Oh, die Kiste ist schon wieder voll. BTF? Ja. Ja. Warte mal, ich nehm wieder alles raus, okay? Oh, wir haben schon ein Problem. Die Kiste, das Ding, der füllt die so schnell rein. Warum? Wo kommen die ganzen Bären? Haben wir, haben wir einen Barrel? In welcher Pipe? In gar keiner Pipe. Nein, ich hab das eine Buch weggeworfen, das rote. Hat jemand das rote Buch noch? Aha. Ja, ich hab das rote. Gib mir mal das bitte. Das heißt, glaub ich, you're welcome. Ja, ja, genau das. Was ist das? Ne, das ist das Falsche. Ich brauch das von... Ich hab kein anderes rotes Buch, es tut mir leid. Ich brauch das von Tinkers Construct. Ne. Boah, Blaze ist halt auch normal. Hä, das sind Stinker. Okay, ihr Stinker. Ihr lasst uns stinken, oder ihr stinkt euch ins Gesicht. Wie? Richtig schäft ich in mein Gesicht. Hashtag... Hashtag ist schon wieder tot. Also wenn Hashtag DSDS auf Platz 1 ist... Baaah. Hashtag Baaah. Warum ist nicht in den Trends auf Platz 1? Hashtag Davy Baby, bitte. Was? Ja, Dani ist schwanger. Schon mal von mitgekriegt? Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab grad Scheiße gesagt. Noch einer. Oh nein, noch so einer. Na, er wird ja von dem vernünftigen. Und dann Lachung. Ja, das mein ich doch. Relativ zu Secret Manuel. Ist Peter der vernünftigste und intelligenteste. Ja, das ja. Hangover, hangover. Ja, klar. Oh, es gibt ein Runel Selbstverstümmelung. Für Selbstverstümmelung. Oh, es gibt ein Runel Selbstverstümmelung. Für Selbstverstümmelung. Adrian. 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 Bitte. Kann dir helfen? Adrian, der ist super emo. Wir können über alles reden, Adrian. Kannst du mir also helfen? Ja. Kannst du mir helfen? Du kannst mir helfen? Ja. Adrian, der ist super emo. Adrian, der ist super emo. Adrian, Suizid ist keine Lösung. Besonders wenn du es 300 Mal machst. Was ist das denn für ein Shuriken? Geil, man kann Shurikens herstellen. Wuhuu. Ja. Boah, es gibt Armebrust. Ja. Wuhuu. Wiege. 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 Hier, da hast du dein Hammer. Wuhuu. Ich hab'n Hammer, ich hab'n Hammer, ich hab'n Hammer. Ein Kopfhörer. Was ist der denn? Richtig fit. Äh, da fehlt'n Pattern, der Hammer-Pattern. Was machst du jetzt für ein Hammer? Gar keinen. Äh, warte mal, und was hast du jetzt damit nochmal mit hier geschmolzen jetzt? Ja, ich hab' das Gold genug geschmolzen. Für diese, äh, Form? Für die Form, ja, ja. Mehr nicht. Ich hab' jetzt erstmal nur für die standardmäßigen Sachen, für diese Excavator, für den Hammer und für die normale Spitzhack hab' ich das erstmal gemacht. Das sollte reichen. Endlich zu Hause. Ähm. Ich brauch' nen, man braucht nen Binding-Cast, ne? Ja. Rot-Cast. Ein Large-Plate-Cast. Zwei Stück. Und, ein Excavator-Head-Cast, wenn ich sowas machen will. Ne, für den Hammer jetzt? Für den Hammer brauchst... Nee, für den, äh, Rot-Cast, Rot-Cast. Ja, klar. Du hast doch dieses eine Buch, dieses... Das... Hast du das hier nicht? Nein. Ja, dann stell' ich das eben... Stell' das mir eben her. Das hab' ich eben... Sachen hab' ich ja eben gefragt. Aber niemand konnte mir sagen, wo ist dieses Buch... Das kann man sich herstellen. Ja, was du hier herstellen musst, hab' ich doch gesagt. Ja, aber wo denn? Stell' das eben her. Hier. Da ist was drinnen. Materialien und ich. Ja, ist der Materialien, die du. Ähm... Ich brauche einen... Hat jemand Skype offen? Ja, ich hab' immer Skype offen. Irgendeiner... Bei irgendeiner hört man immer die Skype-Geräusche, als ob der ne Nachricht bekommt. Oh, ne. Ich hab' auch einen Skype-Geräusche. Dann hört man das eh nicht. Ich hab's auch nicht offen. Ich kann Skype-Geräusche. Ich nutze richtig. Also nutze es unrichtig, eh? Mhm. Da zieh' ich mich immer extra für dich fort. Da zieh' ich mich extra mal aus für dich. Äh... Mach du dann nicht den Punkt zustellen. So, hab' ich jetzt noch Spitzhacken zur Not mit. Äh... Das war gleich. Ich hab' massenweise schwer damit, ne? Aber keine Spitzhacken. Muss das in den Part-Bilder hinein? Da, wo der Cobblestone schon drin ist. Ja. Aber warum kriegt der nichts raus? Wo muss ich dann nur noch... Junge... Warte mal. Jetzt hör' mal. Da-da-da-da... No, Standard, weißt du doch. Ich mach' keine Pleite-Energistics mehr. Warum? Weil diese scheiß Asteroiden. Ich bin jetzt... Weiß' nicht... Ich höre nur ein... Mimimimi... Ja, ja... Lenny gibt viel zu schnell auf. Meteoriten. Lenny, Lenny, alles bleibt so wie es ist. Okay, dann bleib' ich hier. Ja, dann mach' du das doch vielleicht, wie du machen wolltest. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich drum. Aber... Aber irgendwie war das wieder klar. Ich kümmere mich drum. Es dauert noch. Momentan ist Werkzeug... Werkzeug ist... Brauchen wir... Und unsere... Energieversorgung muss stehen. Me kann hinten anstehen. Wir können massenweise Kisten aufbauen. Stone excretor. Jetzt geh' ich erst mal ne Hölle, meine Kinder. Verpiss dich, tschüss.